ARD Text im Auftrag von Funk Hallo, assalamu alaikum. Hallo, wundervaite. Hallo, hui. Er sagt nein zu Rassismus. Nein zu Rassismus. Nein zu Rassismus. Essen verbindet Menschen und Kultur. Ich bin etwa keiner von euch. Eine geschlossene Kultur. Ein offenes Land. Durch meine Adern fließt rotes Blut. Ein geschlossenes Land. Eine offene Rasse. In uns schlägt dasselbe Herz. Eine einseitige Welt. Eine offene Kultur. Wir sagen nein zu Rassismus. 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 Vielen Dank.